Einen wunderschönen wünsche ich euch und willkommen zurück zum LS22 auf der Nordfriesischen Marsch. Ich habe so eine ganz kleine, leise Befürchtung, dass wir wahrscheinlich die Marsch, ähm, naja, fast schon verlassen müssen. Nein, nicht das, denn es gehen keine Aufträge mehr. Nee, das hier, oder? Ach, verdammt, das. Es gehen wirklich keine Aufträge mehr. Und das ist natürlich etwas sehr bescheuert. Ich war auch sehr sch-ko-produktiv. Unproduktiv, das ist überhaupt... Sag mal, nicht, die gehen hier nicht rein. Okay. Yeah! Ich hasse es jetzt schon. Moment, kurz. Wieso geht das alles nicht? So, ich könnte heulen gerade. Es ist wirklich ganz schlimm. Soll ich nicht weiß, warum hier was nicht funktioniert. Na gut, muss ich dann mit meinem anderen Leger schon kommen. Das ist nicht so schlimm. Dann sammeln wir die wieder ein. Ja. Es funktionieren keine Aufträge mehr. Es funktioniert nichts mehr. Ich werde jetzt anfangen, die Aufträge... bald. Du fährst doch bitte auf den Hof. Es kann natürlich sein, dass es nur an dem Update liegt und das nach dem nächsten Monat dann quasi sich alles wieder einpegelt. Aber ich glaube es fast nicht. Es ist wirklich so, ich glaube es einfach nicht. Huch! So, wir sind wieder betrunken. Es wäre natürlich durchaus wirklich schlecht. Wenn das nur an den Maschinen liegt... Wenn das nur an den Maschinen liegt... dann werde ich die NF-Marsch verlassen. Das sage ich euch so, wie es ist. Weil ich persönlich habe einfach keinen Bock darauf... mich dann damit rumzuärgern. Vielleicht hätte ich das Update nicht machen sollen. Aber es stand definitiv nichts davon da, dass man einen neuen Spielstand braucht. Hätte man das gebraucht, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Ganz einfach. So. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr blöd. Und das würde mich auch wirklich... wirklich ärgern. Wahnsinnig ärgern sogar. Es macht mir Spaß. Wie gesagt, ich schließe jetzt alles soweit ab. Ich hoffe, dass das wirklich nur daran liegt und dass im nächsten Monat alles wieder gut funktioniert. Aber das weiß man ja vorher nicht. So, noch ein Ballen. Und über den fahren wir drüber. Na so. So, dann müssen wir jetzt wieder zur Gartenerei. Wo ist denn die Gartenerei eigentlich? Kann ich gleich selber fahren, oder? Na gut, ich kann ja nebenbei schon mal die ganzen Aufträge abschließen. Okay, 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 okay. Nee, Verkauf. Ach ja. So. Wo fährst du jetzt mal hier hin? Du musst dich mal entladen. Na genau. Entladen. So. 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 Dann haben wir das Sehen nämlich fertig. Ich schließe das jetzt wirklich ab. Ich mache das. Sehen. Haben wir hier nämlich einiges gemacht. Abschließen. 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 So. Dann haben wir dort noch unseren Dunker, der ja nicht unsere ist. Hier muss der Dünger auch noch raus. So. Dann tun wir das Ding. Schließen. Entschuldigung. Oh. So. Das Ernten können wir alles abschließen. Das Ballenpressen noch nicht. Aber das Ernten. Ernten. Das Krubern. Und das Plügen. Und wir sind bei 675.000. Sehr schön. Das heißt, in dieser Folge werden wir die Ballen alle wegbringen. Und ich werde bis zur nächsten Folge alles fertig machen. Und. Ja. Alles schützt. Zu gar nicht Zeit. Es ist wahnsinnig ärgerlich. Also mich ärgere das wirklich maßlos. Aber es ist nicht zu ändern. Wenn es der Meinung ist, dann ist es so. Wir gucken einfach, was der Oktober für uns bereithält. Und da das schon. Weil. Nö. Es ist mit so viel Theater hier. Können wir ja schon mal nebenbei. Wartet mal den hier. Ja, Motor zunächst stoppen. Auffällt 28 vorn lassen. Ach, ist 28? Nee, das ist 27, ne? Ja, es tut mir leid. Ich fahr ja schon. Dann können wir das nämlich gleich mit erledigen. Oh. 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 abgeschlossen das heißt der rest die restlichen ballen sind unsere müssen wir mal gucken wie ich die ballen irgendwie gelagert kriege sinnvoll gelagert kriege aber das mache ich später dass darüber mache ich mir jetzt keine gedanken so wie weit bist du noch entfernt zwei minuten musste warten ich stecke mal hier aus und gehe dabei ein bisschen wandern ein bisschen wandern nebenbei mal ein bisschen das zeug suchen hallo bin der neue nachbar ich wohne seit einem monat hier ich wollte mich mal vorstellen hallo ja warum hat er die leiter gesteckt ist das irgendein grund man kommt gar nicht bis er hoch ich suche genau das suche ich eigentlich immer ein paar schuhe oder irgend sowas oder hat er die jetzt rausgenommen hallo einer von schaumburg ja nebenbei mal ein bisschen was finden ist doch ganz nett nicht ich ich nicht zeit nicht ich 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 muss sagen, ich glaube das müsste er zu irgendeiner Biogasanlage. Ach ja, es ist so nervös, wenn Spiele da so funktionieren, wie ich das will. Ihr sagt, ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es so. Dann tut es mir leid um die Marsch, aber ich weiß es echt noch nicht. Ich habe euch die Marsch jetzt gezeigt. Es gibt auch mittlerweile wieder andere Korten, wo ich sage, die würden mich auch interessieren. Ich glaube, der Hof Bergmann ist jetzt auch raus. Ich glaube sogar Südhammern ist raus. Ja, das wären so Korten, die ich sagen würde, die würde ich auch gerne probieren. Nur, wenn die Marsch nicht mehr funktioniert. Wenn wir wieder erwarten, die Marsch... Na. Wenn er sich von seiner besten Seite wieder zeigt, dann... Alles gut. Dann bleiben wir auf der Marsch. Was mache ich denn heute? Ich schlafe noch. Der ist glücklich. Không. Miros. Wir sind da... Moment. Das ist glücklich. In der Falle. Ich bin der Falle. Und zwei, dann bist du voll. Und vieles ist es ja sowieso nicht geworden. So. Und das muss jetzt... Moment. Das muss jetzt... Bringen sie zur hierhin BGA-Nord. BGA-Nord. BGA. BGA-Nord. Anlieferung Wallen. Cool. So. Jetzt setzen wir auf. Motor starten. Wie gesagt, der Rest ist unsere. Den würde ich auch ungern irgendwo hinbringen. Hallo? Hup. Hup. Ach so, reset. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen zu reset. Und dann schauen wir mal, dann schauen wir mal, was anderes kann ich leider Gottes dazu nicht sagen, wir müssen abwarten, was jetzt quasi passiert. Ich meine, im geringen Umfang können wir trotzdem auf der Marsch weiterspielen. Weil es könnte... Mich würde halt interessieren, ob ich die Aufträge dann nur nicht mit diesen Geräten machen kann. Oder ob das allgemein dann für die Aufträge gilt. Weil ohne Aufträge kannst du den Marsch nicht bewältigen. Dann müsstest du dir jetzt cheaten, dir Geld cheaten und da hab ich keinen Punkt drauf. Ganz ehrlich. Das ist nicht das, was ich erwarte. Oder das, was ich will. Ganz ehrlich. Naja dann ist der Anhänger ja gleich wieder voll. Dann können wir auf dem Hof den Mist gleich wegräumen, den ich dort vorher praktiziert hab. Das ist das einzige nervigste, wenn ich spiele immer wieder Updates und Updates und Updates. Ich weiß nicht ob das an dem Update von der Karte lag oder ob das an dem Update von Giants lag. Ich bin mir fast sicher es lag an Giants, weil ich das vorher schon hatte, bevor ich die Karte geupdatete. Und auch dort hat es mir schon die Steuerung und alles rausgefuckt. Von CP und AD und alles. Meinen ganzen Mods. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Mod, wo ich einen starken Bauern habe. Und Fliegen und alles so mit einmal. Und das war schon standardmäßig eingestellt. F12, macht es da auf, macht nichts auf. Da kann ich draufhämmern wie ich will, da passiert nichts. Ich bin gleich da. Dann habe ich noch einen Ball noch. Dann geht es auf den Hof. Dann geht es auf den Hof. So. Du bist an der BGA. Das ist total toll. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier abwarte. Was ist denn so? Set, nachschauen wir mal. Sehr schön. Ab zurück auf der 27. So, na gut. Dann schaue ich dem jetzt zu, wie der langsam nach Hause fährt. Und wie gesagt, ich versuche das fertig zu kriegen, obwohl das machen wir zusammen. Ganz einfach, das ist ein schöner Wochenabschluss und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst mir ein bisschen Liebe da und ich freue mich auf morgen. Auf eine hoffentlich erfolgreiche Folge vom LS22 auf den Nordfriesischen Marsch. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.